So, heute komme ich den Kleinen mal mit der Bürste wieder. Damit die das auch mal kennenlernen. Spidey möchte sie am liebsten fressen, die Bürste. Ja, das ist noch unangenehm, ne? Autschi! Da hat jemand mich mit seinen Krallen gerade. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ja, es ist mal wieder alle auf die Züchterin. Ja, also sie sollen jetzt natürlich nicht da reinbeißen. Ich bürste die hier gerade mal so ein bisschen. Ist halt schwer zu filmen, wenn man mal wieder... Oh! Da macht gerade eine Akkukultur bei mir am Rücken. Das war Maxi. Die sollen das ja auch kennenlernen, dass man sie bürstet. Ich kann sie jetzt natürlich nicht dabei festhalten, weil dann bräuchte ich wieder eine dritte Hand zum Filmen. Also die Bürste an sich finden sie aber ziemlich cool. Offensichtlich. Mal sehen, wie das später so... Das ist jetzt Tauriel gewesen. Wie das so im späteren Verlauf ist. Ach, also sie finden die Bürste echt super dufte. So, jetzt ist mal Feierabend. Mir wird hier nicht alles aus der Hand gerissen. Hallo, Barry! Barry möchte auch lieber reinbeißen. Das sieht jetzt ein bisschen bescheuert aus, wie gesagt, weil ich sie nicht festhalten kann. Das ist übrigens so eine Zupfbürste. Eine Zupfbürste oder Slicker Brush. Das ist eigentlich das, was ich so grundsätzlich nehme. Da kann man das dann gut rausholen. Das sind so kleine, doch ganz fies wehtuende, ja, wie soll man sagen, Noppen. Wenn man die sich unter den Fingernagel rammt, dann, das ist Aua, kann ich sagen. Das ist echt Aua. Und weil Maxi hier mein Handy haben möchte, habe ich ihm jetzt, glaube ich, die Nase gebürstet ausgesehen. Nein, also ihr seht, das ist ein bisschen chaotisch, wie immer. Und ich bürste die jetzt mal anständig, einzeln durch. Sonst wird das hier nämlich nix.